Tagesdosis Sarah Bashing oder Journalie der Verhetzung Die Schmiererei des Auftragsschreibers Knut Melentin im Demagogie-Check von Klaus Hartmann Ausgerechnet in der jungen Welt, nach Selbsteinschätzung eine marxistische Tageszeitung, erhält eine Gelegenheit, auf vollen zwei Seiten Thema über Sarah Wagenknecht abzulästern. Das findet unter der Überschrift Politik der Vereinfachung die Rhetorik der noch amtierenden Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Sarah Wagenknecht, im Faktencheck statt. Insofern ist die Überschrift dieses Kommentars nahezu ein Plagiat. Verhandelt wird ein Themenspektrum von Flüchtlingen und Sicherheit über Merkel, Trump und den Brexit bis hin zur AfD, zu Populismus und Rechtsextremismus. Das zeigt bereits die Absicht an, in welcher Schublade Sarah Wagenknecht landen und entsorgt werden soll. Und was checken unser Schreiber Melentin? Er wirft Wagenknecht einen propagandistischen Schnellschuss vor, aus dem Anlass, den er selbst so beschreibt. Zitat, am 24. Juli 2016 zündete ein syrischer Migrant vor einem Weinlokal im fränkischen Ansbach eine in einem Rucksack transportierte Bombe. 15 Menschen wurden verletzt, der Attentäter selbst starb. Zitat Ende. Schnellschuss? Zitat, einen Tag später veröffentlichte Sarah Wagenknecht eine Presseerklärung. Zitat Ende. Beruhigend, geschossen hat sie schon mal nicht. Das war der andere. Nee, der hat ja gebombt. Aber dank Wagenknechts Halbsatz, Zitat, auch wenn die konkrete Aufklärung der Hintergründe des Anschlags noch abgewartet werden muss, Zitat Ende, hat er sie erwischt, beim Schnellschießen. Ohne jedes Hintergrundwissen habe sie geschossen, folglich also zu schnell. Menschen müssen sich wieder sicher fühlen können, war der Titel der Presseerklärung, woran Melentin bereits Anstoß nimmt. Denn für ihn erschien sie, Zitat, unter der vielsagenden Überschrift. Zitat Ende. Was ist daran so vielsagend? Der durchschnittlich verständige Leser denkt doch, die Überschrift sei hinlänglich klar, nicht unverständlich kurz, aber auch nicht überfrachtet, also eher in der Norm. Warum hingegen sagt sie Melentin zu viel und insbesondere was? Wahrscheinlich tut sie das gar nicht, die Überschrift, sondern es ist Melentin, der uns etwas mehr sagen will. Eigentlich sagt er es uns nicht. Er suggeriert bloß, wir sollen seine Gedanken erraten. Wer so spricht, ein sich sicher fühlen verlangt, ist ein Nazi. Mindestens ein ganz rechter. Schreibt er nicht hin, der Checker, kann er nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Wenn wir das herauslesen, ist das unser Problem. An der Sarah soll es zwar hängen bleiben, aber ihn trifft gar keine Schuld. Was ist das Skandalöse an ihrem Text zu Bombe von Ansbach? Zitat Darauf setzt Melentin einen vermeintlichen Sarah-Entwaffnenden Faktencheck. Zitat Tatsächlich hatte der 27-jährige Attentäter Mohamed Dalil mit den Massenbewegungen syrischer Flüchtlinge im Herbst 2015, auf die sich der Spruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausschließlich bezogen hatte, nichts zu tun. Zitat Ende Ach so, der Merkel-Spruch bezog sich ausschließlich auf Flüchtlinge ab Herbst 2015. Das ist dann ja ganz was anderes. Dann ist auch die Aufgabe ja gleich überschaubar. Die Flüchtlinge von vorher müssen, brauchen, wollen wir ja auch gar nicht schaffen. Gibt es dafür keine Veranlassung oder etwa objektive Hinderungsgründe? Bei aller Dankbarkeit und auch Freude, ob der ohne Melentins-Check nie ans Licht der Sonne gekommenen Fakten, auf diese Frage hätte man doch gerne eine Antwort. Was bei Melentins-Attentäter geschafft wurde, kann man den Stichwörtern Asylantrag, abgelehnt, angeordnete Abschiebung, psychische Labilität, Aussetzung der Abschiebeanordnung, psychiatrische Abteilung und erneute Aufforderung, Deutschland zu verlassen, entnehmen. Darüber regt sich Melentin nicht auf, auch nicht darüber, dass das Attentat nicht verhindert wurde, sondern dass, obwohl wir sehr wohl wussten, wo er sich befand, Sarah gefordert hatte, dass wir wissen, wo es Gefahrenpotenziale gibt. Daran kritisiert er das Wir, weil, Zitat, allein dieses Wort in diesem Kontext ist verräterisch, Zitat Ende. Ja, was verrät es denn? Melentin verrät es uns nicht. Ein Blick auf den Textzusammenhang, Zitat, Der Staat muss, Zitat Ende, verrät jedenfalls, wen die Kritisierte mit Wir meinte, den Staat eben. Obwohl dies offenbar ist, soll etwas Verräterisches hineingeheimnist werden. Das verrät kein gesteigertes Interesse an den Fakten, aber ein umso größeres Interesse an der Manipulation des Publikums mit Hilfe demagogischer Wortverdrehung. Warum überhaupt Fakten checken, wenn man mit der Spekulation weiterkommt? Die, Zitat, Erneute Aufforderung, Deutschland innerhalb eines Monats zu verlassen, war vielleicht der unmittelbare Auslöser für seine Tat, Zitat Ende. Da hier nicht nach der Methode Melentin gekontert werden soll, wollen wir nicht unterstellen, dass er mit diesem Hinweis das Attentat entschuldigen will. Auf seinem Weg zurück in die widersprüchliche Wirklichkeit folgen dann abstrakte Überlegungen über den, Zitat, verantwortungsvollen staatlichen Umgang mit psychisch Kranken. Die Forderung nach geschlossener Unterbringung aller Personen, die ein Gefahrenpotenzial darstellen könnten, gehört nicht dazu, Zitat Ende. Zwar gibt er zu, Zitat, Das hatte Wagenknecht ja auch gar nicht explizit verlangt, Zitat Ende, aber nur, um uns einzureden, warum nicht, Zitat, weil sie die konkrete Aufklärung der Hintergründe ganz bewusst nicht abgewartet hatte, Zitat Ende. Nach Kenntnis der Hintergründe wäre also die Forderung nach geschlossener Unterbringung zwangsläufig bzw. unvermeidlich gewesen? Halten wir fest, mit dem Satz Wagenknecht habe die gute Gelegenheit mit einem propagandistischen Schnellschuss absichtlich ausnutzen wollen, wird das Bombenattentat zu einer guten Gelegenheit erklärt. Es sei wie gerufen gekommen, damit Wagenknecht Propaganda treiben kann. Ein Attentat von einem syrischen abgelehnten Asylsuchenden darf, zu Ende gedacht, folglich überhaupt nicht angesprochen und kommentiert werden, weil das gegen die guten linken Sitten verstößt. Also für Linke ein Tabuthema? Sollen sich die Interessierten doch besser an die AfD oder die CSU wenden? Ob die sich bei Melentin angemessen bedanken? Melentin suggeriert, es sei Wagenknechts Suggestion und ein zentraler Bestandteil ihrer Agitation, Sicherheit sei, Zitat, Ein Zustand der Vergangenheit, der uns hauptsächlich durch die unkontrollierte Zuwanderung verloren gegangen sei. Zitat Ende Daher diagnostiziert er, Zitat, Den Wunsch nach Rückkehr in ein vergleichsweise goldenes Zeitalter, das sie besonders gerne mit der Regierungszeit des Bundeskanzlers Willy Brandt zwischen Oktober 1969 und Mai 1974 identifiziert. Zitat Ende Auch hier hat er entweder die Fakten nicht gecheckt oder er verdreht sie absichtlich. Wenn Wagenknecht Willy Brandts Politik als positiv darstellte, meinte sie niemals die Berufsverbote-Politik und auch nicht die innere Sicherheit. Zitat dies immer bei ihrer Kritik an der Außenpolitik der Bundesregierung, der Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen und der Konfrontation mit Russland. Deshalb fordert sie eine neue Entspannungspolitik. Deshalb erinnert sie die SPD an die neue Ostpolitik des Namensgebers der SPD-Parteizentrale. Wenn man Frieden und Abrüstung geringschätzt, kann man das schon mal übersehen. Melentins selbst geschaffenen Popans eines goldenen Zeitalters erledigt er dann spielend. Zitat Wer diese wenigen Jahre vermeintlicher und durchaus zweifelhafter Glückseligkeit bewusst erlebt hat, ist heute mindestens 60 Jahre alt. Das passt zu den Fotos von Ansammlungen der Aufstehen-Aktivisten. Zitat Ende Gekonnt Aufstehen wird gleich mit abgewatscht, da kann sich auch Katja Kipping erkenntlich zeigen. Allerdings wirft der Satz von den Fotos der mindestens 60-Jährigen Fragen auf. Liegt hier ein spezieller Fall von Altersrassismus vor? Oder läuft Melentin dem Greta Thunberg-Jugendwahn hinterher? Oder will er uns nur über sein eigenes Alter täuschen? In seinem zarten Alter, von fast 73, zur Regierungszeit Willy Brandts war er Funktionär des KB, Kommunistischer Bund, hätte er sich auch ein weniger geschmackloses Argument einfallen lassen können. Anlass für seinen nächsten Faktencheck ist ein Ereignis am 19. Dezember 2016. Damals, Zitat, Steuerte ein Attentäter einen gestohlenen LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötete elf Menschen. 55 weitere wurden verletzt. Zitat Ende Unter der Überschrift Merkels Schuld wird Wagenknecht resonieren vorgeworfen. Zitat In einem Interview mit der Illustrierten Stern resonierte sie im Januar 2017 über die Mitverantwortung der Bundeskanzlerin an dem Massaker. Neben der unkontrollierten Grenzöffnung ist da die kaputtgesparte Polizei, die weder personell noch technisch so ausgestattet ist, wie es der Gefahrenlage angemessen ist. Zitat Ende Für Melentin ist, Zitat, Unkontrolliert ein emotionalisierendes Lieblingswort, das Wagenknecht mit der AfD teilt. Zitat Ende Und, Zitat, Der Spruch von der kaputtgesparten Polizei wurde übrigens, noch bevor sich manche Linke seiner Annahmen, von der AfD in den propagandistischen Wettbewerb eingeführt. Zitat Ende Doch hauptsächlich sind wieder, Zitat, Wagenknechts zentrale Behauptungen falsch. Zitat Ende Die Begründung hatten wir schon. Der Tunesier Amri gehörte nicht zur großen Flüchtlingswelle aus Syrien vom Herbst 2015, sondern war schon im Juli 2015 über mehrere Stationen in anderen europäischen Ländern nach Deutschland eingereist. Wagenknechts Kritik an Merkel, Zitat, Ihre Politik hat viel Unsicherheit und Ängste erzeugt und die AfD groß gemacht, Zitat Ende, kann Melentin natürlich nicht stehen lassen. Zitat, Das ist ein ständiges Thema in Wagenknechts Äußerungen. Für das Erstarken der Rechtsextremen in Europa seien weder diese selbst und schon gar nicht ihre Wähler verantwortlich, sondern die regierenden Politiker. Zitat Ende Freispruch für Merkel. Ob sie sich auch bedankt? Für den Autor ist das Erstarken einer Partei oder eines politischen Lagers also ausschließlich von diesen selbst verursacht, aus eigener Kraft. Äußere Faktoren scheiden aus. Und natürlich sind die Wähler schuld, die offenbar ihre Wahlentscheidung treffen, ohne gebrochene Wahlversprechen zu registrieren, die Regierungshandel nicht bewerten, Worte und Taten politischer Konkurrenten nicht in Rechnung stellen. Mutwillig und ohne das politische Umfeld wahrzunehmen, machen sie ihr Kreuz bei den Falschen. Da wird die Zunft der Wahlforscher wohl nochmal zu Melentin in die Lehre gehen müssen, um von seinen bahnbrechenden Erkenntnissen zu lernen. Nächster Punkt in Sarahs Sündenregister. Sie habe, Zitat, auf den Wahlsieg Donald Trumps am 8. November 2016 für eine Linke äußerst untypisch reagiert. Zitat Ende. Nämlich so, Zitat, Erwartet Melentin als typisch linke Reaktion, dass man wegen der Wahlniederlage der Kriegsverbrecherin Clinton Trauer trägt? Er kritisiert auch Wagenknechts Aussage, Zitat, Die Menschen in den USA haben ja nicht in erster Linie Donald Trump gewählt, sie haben Veränderung gewählt. Zitat Ende. Sein Einwand, Zitat, Die Menschen sind eine wiederkehrende Floskel in Wagenknechts Rhetorik und vielleicht sogar in ihrem tatsächlichen Weltbild, obschon das alles andere als sicher ist. Mit dieser Formel wird ein Kollektiv konstruiert, das in der Wirklichkeit nicht existiert und das von Populisten jeglicher Couleur als Projektionsfläche ihrer eigenen Vorstellungen benutzt wird. Zitat Ende. Mit den Menschen hat es Wagenknecht ihrem Kritiker gar nicht leicht gemacht, deshalb kommt seine Kritik so holprig. Gewohnt bei der Erwähnung von Volk aufzuheulen, weil damit ein völkisches Kollektiv konstruiert werde, wird das nun umstandslos auf die Menschen übertragen. Dass der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, Menschen wichtiger als Profite sein sollen, sind eigentlich linke Standards. Menschen müssen von Objekten zu Subjekten ihrer Geschichte werden, fordert der Freidenkerverband. Aber Melenthin verbiegt die Menschen zur Projektionsfläche von Populisten jeglicher Couleur. Das zeugt von hoher demagogischer Energie. Auch sei Trump, Zitat, durchaus nicht von den Menschen zum Präsidenten gewählt, sondern von einer Minderheit, Zitat Ende. Mehrheiten hätte er nur bei den Weißen, den Älteren, der Landbevölkerung gehabt. Also bei jenen, auf die die sogenannte Kulturlinke ohnehin verächtlich herabblickt. Und was im Grunde die parteiübergreifende Verächtlichmachung von Populismus jeglicher Couleur schon nahe legt. Nächste Station Brexit. Wagenknechts Feststellung, die Briten hätten für den EU-Austritt gestimmt, reicht Melenthin zum Urteil, Zitat, Abstimmungsergebnisse zu analysieren und korrekt darzustellen, ist nicht Wagenknechts Sache. Zitat Ende. Seine Begründung, das Ergebnis war, Zitat, extrem knapp. 51,89 gegen 48,11 Prozent. Zitat Ende. Lag Sarah also falsch? Natürlich nicht. Denn wieder ein Paradebeispiel für Melentins Umgang mit Fakten. Zitat. Heute bedauert vermutlich eine Mehrheit der Briten den Ausgang des damaligen Referendums und würde ihn gern korrigieren. Zitat Ende. Vermutlich Kaffeesatz oder Kristallkugel. Exakt so liest man das auch in den Mainstream-Medien. Zum krönenden Abschluss. AfD. Wagenknechts Formulierung, Zitat, viele Menschen hätten so viel Wut im Bauch, dass sie die AfD nur wählen würden, um die da oben zu ärgern, Zitat Ende, gilt Melenthin als Verharmlosung des Rechtsextremismus. Es sei eine vereinfachende Darstellung, wenn sie behauptete, Zitat, Unzufriedene würden in die Arme der AfD getrieben, weil sie sich bei allen anderen nicht mehr verstanden fühlen. Viele wählen die AfD aus Protest, das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Zitat Ende. Sein Verdikt, für eine Marxistin, Zitat, pflegt sie allerdings ein erstaunlich schlechtes Verhältnis zur Dialektik. Sie scheint ihr sogar mittlerweile völlig unbekannt zu sein. Im vorliegenden Fall, dass jemand sich von der Politik im Stich gelassen fühlt, und schließt selbstverständlich nicht aus, dass sie oder er mehr oder weniger rassistisch ist. Zitat Ende. Wieder wird etwas dementiert, was die Kritisierte nicht behauptet hat. Ein Dementi, das ins Leere geht. Wieder eine demagogische Suggestion. Voll im Mainstream, jetzt auch in der jungen Welt. Die Behauptung, Wagenknecht hätte diesem Klientel, Zitat, ein paar populistische und anbiedernde Brocken zum Anlocken hingeworfen, Zitat Ende, bloß nicht konsequent genug, weshalb sie, Zitat, die Konsequenz aus ihrem ausbleibenden Erfolg gezogen habe. Doch Wagenknechts Rückzug aus der Führung von Aufstehen, sowie dem Fraktionsvorsitz der Linkspartei, ist für Melentin nur ein schwacher Trost. Er muss nachtreten, Zitat, in den Talkshows wird sie dem Publikum aber, das lässt sich erahnen, erhalten bleiben. Die Positionen, mit denen sie dort in Zukunft in puncto Sicherheit und Migration auftreten wird, leider auch, Zitat Ende. Die Aussage passt bestens zur hier präsentierten Merkel- und Clinton-Verteidigung durch heute typische Linkies. Das große Bild von Sarah ist in der Zeitung mit der Unterschrift versehen, suggestive Schnellschüsse und systematische Komplexitätsreduktion sind in der Politik beliebte Mittel. Keineswegs nur in der Politik, möchte man ergänzen, die Journalie will dabei nicht zurückstehen. Während Melentin mit dem Finger auf Wagenknecht zeigt, zeigen drei auf ihn zurück. Früher und grundsätzlich konzeptionell waren die Themenseiten der jungen Welt intellektuell und theoretisch anspruchsvollen Beiträgen vorbehalten. Wie es der vorliegende, geistig notleidende Artikel in die Zeitung gebracht hat, ist ein Rätsel, das der zuständige Redakteur alsbald aufklären sollte. Und zwar ein Rätsel, das des zähnen, die einzelnen Begriff'innen. Und zwar in der Zähne und diese Begriff'innen. Und zwar ein Rätsel, das der Bestein der Bestein der Bestein kommt, aber auch nicht genauer. Und zwar in der Zeitung. Manche weiter mit dem Fahrzeug. Manche weiter mit dem Fahrzeug anruf. Und zwar in der Zeitung.